Wenn ich ganz ehrlich bin, am besten gegen dich. Hi, mein Name ist Errol Bey. Ich komme aus München und trainiere bei Munich MMA und Pound for Pound. Und ich freue mich sehr, bei Jiu-Jitsu League Germany beim German Grand Prix 94 Kilo teilnehmen zu können. Ich bin jetzt schon aktuell in der Vorbereitungsphase. Okay, ich muss sagen, schon seit ziemlich langem jetzt bin ich schon mich nur am Vorbereiten. Ich war jetzt ein halbes Jahr in Dubai und habe da sehr viel trainiert. Und ja, eigentlich mache ich jetzt seit mindestens einem halben bis einem Jahr nichts anderes außer Training, Schlafen und Essen. Alle Profisportler wissen, wie das ist. Und ja, jetzt gerade ist die Vorbereitung für die Europeans noch ziemlich genau zweieinhalb Wochen bis dahin. Und danach, einen Monat später, kommt der German Grand Prix. Und danach mal schauen, was so geht. Vielleicht Pan Ams und auf jeden Fall Worlds in Union. Gegen wen willst du Titel verteidigen? Gegen wen will ich den Titel verteidigen? Du meinst jemanden, der nicht schon dabei ist beim Grand Prix? Ja, besser natürlich nicht, weil die beste Leute aus Deutschland schon dabei sind. Wahrscheinlich jemand aus dem Ausland, aus Holland, Belgien und so weiter. Aber besser natürlich aus Deutschland. Okay, wenn ich ganz ehrlich bin, am besten gegen dich. Er ist wirklich Maschine. Und wenn ich gegen ihn gewinne, das wäre wirklich brutal. Ja, super. Leider kann ich dabei sein, ja. Aber im 94 ist ein bisschen leichter, Bruder, ein bisschen schwerer. Stimmt, für dich ist ein bisschen leichter. Ja, ja, ja. Ich habe mal gekämpft, da war ich glaube ich 17 oder 18 gegen Mehdi Misiri. Sehr, sehr starker Mann, wenn du das siehst. Mehdi, wirklich Top-Typ. Und er ist glaube ich aber auch zu leicht. Ich war noch damals leichter. Ja, er macht es wahrscheinlich. Aber vielleicht macht ihr so absolut Grand Prix, Open Class. Ja, das ist der Hammer, ja. Das ist der Hammer. Unser Erol kämpft am 10.02. den Pro League GP. Und er trainiert hier seitdem er 15 ist. Er ist eine brutale Maschine, körperlich, aber auch hier. Und die letzten Jahre hat er richtig Gas gegeben. Vor allem auch jetzt in Dubai. Und er kommt echt brutal zurück. Ich bin gespannt. Ich glaube, er gewinnt. Und die Leute wie du oder wie Erik oder wie Raphael, allgemein da. Er versteckt unsere Community, unsere Leute. Das sind unsere Schützen-Community. Das ist ganz wichtig. Ja, wir müssen richtig Top werden, ja.